Apple hat am 9. September das iPhone 16 vorgestellt, neue AirPods und verbesserte Apple Watches. Was es mit den neuen Geräten im Einzelnen auf sich hat und erste Einschätzung dazu, das wollen wir in dieser Folge des Mac & i Podcasts besprechen. Diese haben wir kurz nach dem Ende des Events im Rahmen eines Livestreams aufgenommen, als die Eindrücke noch ganz frisch waren. Und zu Gast ist der Podcaster Jean-Claude Frick vom Apfelfunk. Los geht's! Wir sprechen heute über die Keynote bzw. das Video Apples, je nachdem, wie man das ja nennen möchte. Und ja, fangen wir doch direkt mal an, direkt mit dem Fazit vorweg, Jean-Claude. Welche Schulnote zwischen sehr gut und mangelhaft würdest du diesem Event geben? Oh, du fragst deinen Schweizer nach Schulnoten. Das kann ja nur schief gehen bzw. er versteht es dann wieder falsch. Also, bei uns ist es ja so, Eins ist ganz schlecht, Sechs ist super toll, Vier ist gerade so genügend. Ich würde jetzt aus Schweizer Sicht sagen, das war eine Vier. Also, die Enttäuschung im Moment überwiegt so ein bisschen. Man muss sagen, wir sind jetzt eine Stunde nach Event. Das setzt sich dann auch alles so ein bisschen. Aber ich fand jetzt, hey, Apples Innovationsabteilung hat wahrscheinlich entweder Ferien oder die müssen alle KI programmieren, war jetzt nicht so mega der Hammer von meiner Seite aus. Und das sagt jetzt der Schweizer wohlgemerkt, der ja dann noch zu den Privilegierten gehört, die dann die Apple Intelligence dann gleich zum Start bekommen. Leo, wie geht uns das denn jetzt? Ich muss erst mal diese Schweizer Noten im Kopf umsortieren. Siehst du? Ich denke, ich würde, ich glaube, ich würde als Note einfach, um das so ganz salomonisch zu Ende zu führen, einfach irgendwas in der Mitte wählen, drei Minus oder sowas. Ja, bei mir auch, genau. Dann haut es irgendwie so dran. Es ist immer ein bisschen schwierig, das so direkt nach dem Event schon gleich zu greifen, was da eigentlich gerade passiert ist. Weil natürlich das irgendwie geht ja in schnellem Tempo inzwischen voran, seit das halt die Videos geworden sind, sodass man da einfach durchfliegt. Aber ja, also mir ging es natürlich auch durchaus so wie Jean-Claude, dass da einiges, man den Eindruck hatte, okay, es steht still seit letztem Jahr. Also es hat sich kaum, bei manchen Produkten hat sich ja wirklich einfach, wenn du so willst, wirklich fast nichts verändert, was sie ja jetzt heute zumindest auch gezeigt hatten. Und da denke ich dann auch, dass man, diese Diskussion, die hatten wir in den letzten Jahren ja auch schon, wie groß sind die Sprünge von Jahr zu Jahr? Aber es wird halt auch jedes Jahr deutlicher, dass die Sprünge auch immer kleiner sind. Ja. Ja. Ja, ja. Und was mir dieses Jahr extrem aufgefallen ist, war, dass dieses Video auf mich auch sehr lang gestreckt wirkte. Also wir hatten ja echt längere Passagen, die wirkten ja so, als seien sie eine reine Wiederholung. Also diese Apple-Intelligence-Passage. Nachher haben wir noch ein kleines Bonbon bekommen mit der Kamerafunktion, dass man eben jetzt auch dann visuelle Erkennung machen kann. Aber das waren echt Minuten, wo man jetzt noch mal das rekapituliert hat, was wir ja wirklich dann im Sommer auf der WWDC auch gezeigt bekommen haben. Wir haben ja zum Beispiel bei den Airpods Geräte gesehen, wo Apple ja nicht mal entgegen seiner Gewohnheit die Zahl hochgeschraubt hat, sondern einfach sie dann auch dort gelassen hat. Und das besagt ja schon etwas. Andererseits, und da gebe ich Leo recht, Freude und Leid liegen ja manchmal nah beieinander. Also genauso gab es dann eben auch so die Kleinigkeiten, wo ich dann doch gedacht habe, hm, ja, schön. Also die Series 10 Watch, ich war viel pessimistischer als das, was uns da gezeigt wurde. Zumindest was das Äußere und das Display angeht. Ja, funktionell wird es dann doch wieder ein bisschen schattiger. Das ist ja doch recht überschaubar. Aber zumindest mal ist das ja mal ein Aufschlag für die völlig erlarmte Series Watch, die ja in den letzten Jahren ja auch gerade, sag ich mal, häufig mit dabei war bei den Sachen. Hat sich nicht viel getan. Ja, also ich finde auch, die sieht sehr attraktiv aus. Gut, okay, große Bildschirme haben mich natürlich immer schon. Wenn Sie am Anfang gleich sagen, sogar größer als die Ultra, dann freue ich mich natürlich. Aber ich fand auch, eigentlich sieht es sehr schick aus. Auch dieses Space Black, dieses Neue, das sieht doch in meinen Augen sehr elegant aus. Und die Titan-Variante auch, muss man natürlich dann mal gucken, ist dann auch teurer. Sie haben, glaube ich, gar nichts über den Preis dieser Version gesagt. Aber ja, ich finde auch, die Apple Watch Series 10 ist designtechnisch spannend. Innovation oder anhand der Funktionen, wie du es gesagt hast, Malte, ist da nicht viel. Ich meine, die Schlafapnoe-Erkennung finde ich super. Das finde ich wirklich spannend. Sie haben das ja auch gut erklärt. Aber dann kam ja am Schluss auch, hey, aber das kommt auch auf die Series 9 und die Ultra 2. Also das kriegt man als Update auch, dieses Feature. Von dem her bleibt dann tatsächlich jetzt nicht mehr so viel übrig, außer eben das Design, was natürlich bei einer Uhr durchaus ein Kaufgrund sein kann, klar. Ja, ich denke, es sind viele Kleinigkeiten bei der Series 10. Ich finde es auch ein ansprechendes Update, muss ich sagen, unter dem Strich. Also ich meine, sobald da natürlich Chat-Black irgendwo aus dem Ärmel geschüttelt wird, da kann man mich auch immer sofort mit abholen. Das funktioniert dann sehr einfach. Ja. Also insofern, das begrüße ich auch in vielerlei Hinsicht. Und dass sie da irgendwie am Display so Detailverbesserungen gemacht haben, muss man mal sehen dann, wie das in der Praxis aussieht. Ja, ob die jetzt die Blickwinkelabhängigkeit da ein bisschen besser geworden ist und das ist halt irgendwie, dass da der Sekundenzeiger weiter tickt dann im Always-On-Modus. Das sind, glaube ich, nette Sachen, die aber durchaus auch alltagsrelevant sein können. Muss man ausprobieren. Ja, muss man ausprobieren. Genau, werden wir sehen, wenn wir die in den Fingern gehabt haben. Aber unterm Strich auf jeden Fall ein angenehmer Strich. Also ich, zumal sie ja ganz interessant, dass sie das Display sehr groß bekommen haben, also auf Apple Watch Ultra Level, aber zugleich ja die Gehäuselängen, die sind ja viel kleiner gewesen, die Sprünge, als sie jetzt erwartet gewesen sind. Also es war ja jetzt von 41 auf 42 und 45 auf 46 Millimeter. Das sind ja immer die Seitenlängen bei Uhren. Und das ist, also deshalb, die Uhr dürfte nicht so furchtbar klobiger jetzt sein als vorher. Also wer sich da jetzt gefürchtet hat, oh nein, jetzt haben wir so zwei Riesendinger und dann kann ich nur zwischen der Ultra und dem anderen Riesen. Also ich mag ja die großen Displays auch, aber es geht ja nun absolut nicht jedem so. Und ich denke, da haben sie vielleicht einen guten Kompromiss gefunden. Das ist halt lustig, dass sich da Apple hingestellt hat und erklärt hat, welche Vorteile große Displays haben. Da musst du hier ein bisschen lachen. Das fand ich auch krass. Du kannst jetzt irgendwie Sachen größer darstellen, so ja wow. Wow, wäre das genial. Eine Zeile mehr Text, meine Damen und Herren. Ja, das stimmt. Das war wirklich ein bisschen crazy. Aber ich meine, das stimmt schon. Jetzt kommt ja dann der Winter. Ich mag die Ultra, definitiv. Sie ist auch so ein bisschen ein Statement. Und ich bin alles andere als ein Sportler, bin ich definitiv nicht. Aber man muss auch sagen, wenn man so eine Jacke anhat, ist es unpraktisch. Und da stelle ich mir dann zum Beispiel so eine Series 10 mit ja gleich großem Bildschirm sehr praktisch vor, weil man dann eben nicht mehr hängen bleibt. Also ja, man muss es mal angucken. Aber ich begrüße das definitiv auch. Und ich meine, die Preise haben sich ja, jetzt mal abgesehen von der Titan-Version, die wir noch gar nicht wissen, ja, glaube ich, auch nicht verändert bei der Apple Watch. Ja, die Basispreise, entschuldige Malte, ja, die Basispreise sind auf jeden Fall identisch geworden. Ich meine, bei der Ultra hätte ich zumindest den deutschen Preis gesehen. Nicht bei der Ultra, sondern bei der Titan-Version von der 10er. Ah, okay. Der deutsche Preis, der lag ein bisschen unter der Ultra. Also so bei 800 plus minus war, glaube ich, Einstieg. Also so, dass man mal so einen Rangierraum hat. Ich glaube, relativ ähnlich wie die Edelstahl-Version vorher auch. Und dann natürlich je nach Bandkombination und so weiter kannst du ja dann immer mixen und mischen. Es gibt ein Element, was mich bei der 10er ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte halt die leichte Hoffnung, dass sie durch das bisschen größere Gehäuse natürlich auch den Akku, die Batterie vergrößern können. Aber da sind sie natürlich auf die Dünnheit gegangen, was sicher von Vorteil ist, weil wir wissen alle, dass die Apple Watch so ein bisschen dick aufsitzt auf dem Handgelenk, dadurch, dass halt unten der Sensor gebogen ist. Und da ist natürlich ein dünneres Gehäuse sicher, was erstrebenswert ist. Aber ich hätte mir halt doch gewünscht natürlich, also als Ultra-Träger ist man da ja ein bisschen verwöhnt, was die Akkulaufzeit jetzt im Apple Watch-Universum zumindest angeht. Ja, ich meine andere, die Garmin-Fraktion, die lacht jetzt. Haha, weil sie dann nach zwei Wochen später ihre Uhr aufladen müssen. Und das ist natürlich eine andere Welt. Aber trotzdem denke ich, ich hätte es gern gesehen bei der 10er. Und Apple verspricht halt dasselbe, was sie immer versprechen. Und es sind irgendwie diese 18 Stunden, also irgendwie plus minus nachts. Aber dafür ein bisschen schneller laden. Also mal sehen, wie das dann aussieht. Was sagt ihr dazu, dass tatsächlich jetzt auf Edelstahl verzichtet wird? Das ist ja vorher ja auch gerüchtet worden. Manche hielten es ja für unglaublich, dass Apple diesen Schritt gehen könnte. Jetzt machen sie das tatsächlich. Kann man sich damit abfinden? Was sagt ihr? Naja, es gibt, ich sage mal, es gibt zwei Herzen in meiner Brust. Oder ich tue mal die zwei Fraktionen wahrscheinlich ansprechen. Die eine, die das halt nicht so als Uhr sieht, sondern als Computer. Die können sagen, ja okay, Titan ist auch schön. Die anderen, die das halt wirklich als Uhr sehen, sagen ganz klar, hey, eine Uhr, die nicht in Edelstahl zumindest vorhanden ist, ist keine Uhr. Also es geht gar nicht. Ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich nämlich festgestellt habe, dass das Titan zumindest bei meiner Ultra so durable gar nicht ist. Also ich habe ungefähr mindestens gleich viele Kratzer auf meinem Titan-Ding, als ich es auf meiner Edelstahl damals hatte. Klar, die ist natürlich auch eckiger. Also vielleicht gleicht sich das aus. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, da kriegst du nie Kratzer rein. Und da war halt Edelstahl cool, weil du konntest ein bisschen polieren, dann war es quasi weg. Ich bin ein Fan von Edelstahl, muss ich sagen. Aber ja, dann gibt es es halt nicht mehr. Okay, ich nehme es hin. Aber das wird ein paar Leute, glaube ich, schon ein bisschen ärgern. Ich denke auch, das wird Diskussionen geben. Aber es ist vielleicht einfach auch so eine Richtungsweisung von Apple, dass sie jetzt sagen, neue Dekade der Uhr und jetzt führen sie nur noch leichte Werkstoffe ein. Viel schwerwiegender sind ja andere Dinge, glaube ich, auch. Das eine ist das Thema Ultra 3. Wir sehen es auch schon im Chat unseres Livestreams. Das beschäftigt viele Leute, dass eben die Ultra 3 nicht kommt. Und nun gab es ja im vergangenen Jahr besonders mit der Ultra 2 auch den Ruf, Apple, wenn ihr nicht so viel Neues habt, dann pausiert doch einfach mal ein Jahr. Jetzt hat Apple das gemacht bei der Ultra 3. Jetzt scheint es auch nicht recht zu sein. Was ist der richtige Weg? Was sagt ihr? Das ist schwierig aufzulösen. Ich glaube, da kann es Apple ja nur falsch machen, wenn sie da natürlich, wenn halt keine größeren Sprünge sind und dann machen sie halt nur diese Kleinigkeiten zu sagen, wir stecken jetzt, wenn sie gesagt hätten, wir stecken jetzt den S10-Chip in die Ultra und schreiben eine 3 hinten dran, hätten sich die Leute unterm Strich ja auch beschwert. Also da wären wir auch nicht weitergekommen. Und ich meine, es ist ja nett, dass es jetzt halt irgendwie eine schwarze Variante gibt. Die ist ja jetzt irgendwie auch schon seit, ja mindestens mal letztem Jahr im Gespräch gewesen, wenn nicht schon länger. Also letztes Jahr war ja fest sogar im Gespräch gewesen. Und dass sie jetzt halt rausgefallen ist. Ich glaube, da werden schon viele, sagen wir mal, durchaus einen Kaufanreiz, glaube ich, sehen. Das sah schon sehr, sehr, sehr gut aus für die Leute, die sich sowieso an der Ultra irgendwie erfreuen können. Und plus das neue Milanese-Armband, was halt dann auch aus Titan ist. Das sieht schon nach einem sehr schicken, wenn auch natürlich teuren Gesamtpaket aus. Aber klar, du kaufst natürlich Hardware. Das ist ja der Basis-Smartwatch-Problem. Du kaufst dann natürlich Hardware vom letzten Jahr unterm Strich, weil sich halt gar nichts getan hat. Ist natürlich auch so ein bisschen schwer. Und man kann halt hoffen und spekulieren, dass wir dann halt im nächsten Jahr einen entsprechend größeren Schritt halt auch sehen bei der Ultra. Wohin auch immer dann die Reise geht. Ich habe den Eindruck, dass sie die Ultra vielleicht auch haben pausieren lassen, weil sie jetzt dieser Series 10 nicht die Schau stehen wollten. Weil es ja das Dilemma, was wir sehen, seitdem die Ultra auf dem Markt ist, dass ja diese beiden Uhren, die Ultra ist halt teurer. Sie ist halt noch ein Segment höher vom Preis. Da droht die Series immer so als Mittelklasse so ein bisschen in den Schatten zu rücken. Und vielleicht ist es einfach die Bühne, die sie dann der Series dieses Jahr bereiten wollten. Was mich natürlich aber dann wiederum mich fragen lässt, wie geht es denn nächstes Jahr weiter? Also sind wir dann eigentlich nicht wieder bei Null, sind wir nicht wieder bei dem, was wir bei der Series 9 und der Series 8 auch hatten, dass die halt dann immer, wenn du Ultra rauskommst, so ein bisschen im Schatten dann da weiter rangieren. Andere Frage in dem Zusammenhang. Ich meine, it's glow time war das Motto. Wir haben uns ja auch schon seit Juni gefragt, wie ist denn wohl der Brückenschlag in Sachen Siri und Apple Intelligence von der Apple Watch? Diese Frage ist ja auch erstaunlicherweise völlig unbeantwortet geblieben. Ich meine, klar, lokal auf dem Gerät wird es nicht funktionieren. Dafür ist es so anspruchsvoll. Aber in der Kombination mit den neuen iPhones hätte man ja eigentlich denken können, dass es da vielleicht irgendwie ein Fingerzeig gibt, oder? Naja, es gab so wenig Fingerzeige überhaupt bei Apple Intelligence. Vor allem konkrete Dinge. Ich glaube, das war das kleinste Problem, dass das nicht erwähnt wurde. Ich meine, Sie haben die Null Engine ja auch erwähnt im S10, haben gesagt, die ist irgendwie mehr powerful. Wobei auch da, ich gehe davon aus, der S10 ist wahrscheinlich trotzdem ein ungelabelter S9. Aber ja, man hätte das machen können, stimmt. Weil beim iPhone haben Sie ja die ganze Zeit gesagt, from the ground up, entwickelt für KI, bla bla bla. Das haben Sie bei der Uhr nicht gemacht. Aber wird wahrscheinlich im Alltag wenig Relevanz haben für uns erstmal. Das haben Sie irgendwie am Rande ange... Ich glaube, es war einfach in der Pressemitteilung mit drin, dass Sie am Rande zumindest erwähnt haben, dass man halt diese manche Minifunktionen wie diese Prioritätsmitteilungen, dass die natürlich auch auf der Watch ankommen, weil das ja eine Funktion ist, die praktisch dann ein iPhone übernimmt und dann kriegt die Watch als Empfänger dieser Mitteilung halt zumindest so einen winzigen Ausschnitt von Apple Intelligence praktisch gratis dazu, wenn man so will. Und ja, es ist okay. Also ich meine, es wäre jetzt überraschend gewesen, glaube ich, weil wir ja alle nicht irgendwie wussten, wo kommen, wo sollen sie diese Apple Intelligence Funktionen für die Uhr jetzt halt hernehmen und da ist halt natürlich... Also mit Siri ist da ja jetzt sowieso schon ein Berg an Problemen, weil ja auch auf dem iPhone bis jetzt ja erstmal nichts passiert. Also jetzt wurde ja auch wieder sehr viel groß angekündigt, was Siri angeht und die Realität ja auch im Oktober und im November und im Dezember sieht so aus, dass Siri eigentlich überhaupt nichts mehr kann. Und Leute, die jetzt irgendwie darauf hoffen, dass Siri... Also ein bisschen mehr... Also sie verzeiht ein bisschen mehr, wenn man sich irgendwie verspricht bei der Eingabe. Aber das war es praktisch auch schon. Aber das ist ja eigentlich unsere Vorstellung von künstlicher Intelligenz, dass man sich nochmal korrigieren darf, oder? Das ist das kleinste Problem, das ich mit dir habe, dass ich mich verspreche. Ja, aber bei Siri darf man sich schon auch über kleine Schritte, glaube ich, auch schon freuen. Ja, okay, Leo, da bin ich bei dir, du hast recht. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Ja, aber wenn wir schon bei Apple Intelligence sind, vielleicht schlagen wir gleich mal die Brücke hin, denn das ist ja so auch gerade aus Sicht der EU-Bürger, der große Elephant in the room. Und ich musste ja schon ein wenig schlucken, als ich diese Anzeige da sah, Sprachen, die dann eben dann folgen sollen. Da hieß es dann Dezember, weitere englischsprachige Länder mit den entsprechenden Spezifika in der englischen Sprache. Das war erwartbar. Dann kam 2025 Französisch und Spanisch darunter. Nicht daran denkend, dass ja im Rest der Welt auch viel diese Sprachen gesprochen werden, war ich voller Hoffnung und dachte, oh, doch der Frieden mit der EU da hergekommen und vermisste aber Deutsch auf der Liste. Und dann fiel mir eben ein, ja, Deutsch ist eben so eine Sprache, die sich halt dann auf das EU-Gebiet dann konzentriert und die dementsprechend ja ein Fingerzeig ist, wie Apple in Sachen EU denkt. Auch wenn sie natürlich jetzt beteuern, dass sie ja noch in weiteren guten Gesprächen sind mit der EU. Aber das war schon ein bisschen ein Schlagen Nacken, oder? Oder ist euch das anders gegangen? Also ich meine, Storn-Claude kann jetzt lachen über uns. Nö, warum? Es wurde ja, ich meine, wir sprechen, 70 Prozent der Schweizer sprechen Deutsch. Und Deutsch kam ja nicht. Also von dem her gesehen, hilft mir das erstmal noch gar nichts. Und ich meine, die Französisch sprachen, also ich habe mich gewundert, Spanisch ist ja völlig klar, Südamerika etc., kein Thema. Aber bei Französisch, ganz ehrlich, schaut mal auf die Karte, wo zum Geier wird noch Französisch gesprochen? Außer in Frankreich und bei uns in der Schweiz in einem kleinen Teil. Das ist ja jetzt auch nicht eine Sprache, die weltweit, also ja, es ist die Diplomaten-Sprache, okay, aufpassen, das ist ja kein Franzosenärgerer. Aber im Prinzip so stark gesprochen wird das ja auch nicht. Also Französisch war so ein bisschen schräg im Raum, fand ich. Aber ich gehe also nicht davon. In Kanada, okay, da schreibt gerade jemand, sorry, genau, guter Punkt. Und also ich gehe nicht davon aus, dass wir Schweizer Apple-Intelligence in der Form vorher bekommen, ehrlich gesagt. Weil wenn Deutsch fehlt, dann wird es in der Schweiz nicht ausgerollt, Punkt. Ja, aber zumindest könnt ihr es in der Schweiz ja einfacher aktivieren. Man muss halt nur irgendwie, es ist halt einfach diese EU-Problematik, in der wir jetzt halt drinstecken, die ist ja zumindest für die Schweiz ja einfach ausgeklammert. Das ist ja so als kleine, also ich meine, das hilft natürlich auch nicht weiter, wenn du mit deinen Geräten halt in Deutsch agieren möchtest. Ja, das dann ist es egal, ob es sich einfach aktivieren lässt oder nicht. Aber es ist natürlich schon interessant gewesen, dass die Sprachen, die sie da für 2025 angekündigt haben, waren einfach eine interessante Gemengelage. Und Chinesisch war ja auch dabei und China ist ja im Moment auch raus bei Apple-Intelligence. Und das war ja auch ein klares Signal, okay, das kriegen wir irgendwie hin über die Bühne nächstes Jahr. Stimmt. Und dass sie Deutsch da wirklich einfach so explizit nicht mit drin hatten, ist schon, also das ist nochmal so ein Nachwinken mit dem Zaunfall so, ja okay, wir wissen nicht so recht, was da jetzt irgendwie, ob wir das wirklich einführen nächstes Jahr von Apples Seite. Ja. Also in der Pressemitteilung, die sie ja rausgegeben haben, liest es sich schon ein bisschen diplomatischer. Da schreiben sie von Sprachen darunter und dann kommen die genannten Sprachen, die wir in diesem Videofilm gesehen haben. Da halten sich dann eher schon das Türchen offen, dass dann eben Deutschland plötzlich auch noch wie Phönix aus der Asche kommen kann. Ja. Aber ich persönlich habe den Eindruck, dass die Folie wahrhaftiger war, was Apple wirklich plant. Und die Hoffnung, dass sich ja jetzt bis zum Herbst, oder Herbst geht jetzt ja gerade erst los, aber jetzt mit dem iPhone-Event diese ganze Apple-Intelligence-Krise dann doch noch irgendwie auflöst, die hat sich ja definitiv jetzt erstmal zerschlagen. Also wir haben keinen neuen Fahrplan, wir haben kein klares Signal, es wird mit der EU irgendeine Art von Lösung geben. Und ja, und das wirkt sich natürlich ja schon irgendwie, das habe ich gleich in der unmittelbaren Reaktion gesehen, wir sehen es hier auch in den Chat-Kommentaren, wirkt sich natürlich schon auf Kaufentscheidungen aus, weil ja die Power, die diese neuen iPhones haben, ja eben maßgeblich auch diesen Funktionen zugutekommen. Das wurde ja mehrfach betont. Wir haben dieses Telefon so aufgerüstet, weil wir eben Intelligence machen wollen damit. Und das ist natürlich dann, ja, ein Dealbreaker, wenn ich dann eben feststelle, ich kann es halt nicht nutzen und absehbar nicht nutzen. Und wer weiß, ob ich es nächstes Jahr nutzen kann. Also das hat, glaube ich, schon noch ein bisschen die Perspektive verfinstert. Ich bin wirklich gespannt, wie Apple in dieser Frage weiter agiert. Also ob da dieses Jahr vielleicht doch noch ein Lichtzeig kommt, irgendwie ein Fingerzeig, dass sie sagen, ach, alles doch nicht so schlimm. Oder ob sie das jetzt so unklar lassen, bis auf Weiteres. Ja, sie haben es elegant umschifft, wie du es gesagt hast. Das ist tatsächlich so. Wir haben inzwischen im Chat hier überall bestätigt bekommen, wo noch Französisch gesprochen wird. Nordafrika habe ich zum Beispiel komplett vergessen. Also man kann tatsächlich natürlich die EU außen vor lassen und Französisch bringen. Dann gibt es eben noch genug Länder, wo es passt. Also das ist schon ein Punkt. Aber eben, ja, wir haben so gar nichts darüber gehört. Und das macht dann halt ein bisschen, das macht es dann halt merkwürdig, wenn man das iPhone die ganze Zeit anpreist, als für die KI gemacht und dann die KI zumindest in Europa mittelfristig gar nicht kommt. Ja, wir haben es erwartet, aber dass es so krass war, hätte ich trotzdem nicht gedacht, dass sie vielleicht irgendwas so later this year, also later next year, so was ja eigentlich, wir hätten sie sagen müssen, dass sie zumindest Hoffnung machen, hätte ich erwartet. Weil das war so, es ging um Englisch. Klar, da gab es einen klaren Fahrplan im Oktober in den USA und dann im Dezember in anderen englischsprachigen Ländern wie Australien und Südafrika und so. Und dann haben sie diese zwei Sprachen für nächstes Jahr gebracht und sonst gar nichts. Also das muss natürlich nicht so bleiben, aber da das ja ein Verkaufs-Event ist, es war ja jetzt die Möglichkeit, das iPhone und alles drumherum anzupreisen, fand ich das schon recht krass, dass sie da einfach so gar kein Türchen offen gelassen haben. Oder fandet ihr das weniger? Ich hätte das nicht erwartet. Ich hätte gedacht, irgendwo sagen sie noch so ein bisschen, ja, und dann nächstes Jahr wird es ja dann massiv erweitert und so weiter. Aber das haben sie komplett weggelassen. Sie zeigen da relativ klare Kante in dieser Frage. Das ist eigentlich eher ungewöhnlich, weil Apple ja schon ganz gerne auch diese Later-Irgendwann-Geschichten dann bringt. Und ja gut, aber auf der anderen Seite, sie scheinen sich ja wirklich nicht sicher zu sein, wie und in welcher Form sie diese Intelligence in die EU bringen können, scheint mir. Weil alle Ankündigungen mit Later haben sie ja früher oder später dann ja irgendwie in die Tat umgesetzt und selten abgekündigt. Also AirPower lässt jetzt mal begrüßen bei Abkündigungen, aber das vermeiden sie ja normalerweise eher. Und das zeigt mir, dass die Krise in der Frage doch relativ groß zu sein scheint. Und ja, das knüpft sich jetzt ja momentan an diesem Gesetz für digitale Märkte. Vielleicht spielt der AI-Act, der ja auch noch dazu kommt, da auch noch mit rein. Also ja, es ist sehr interessant. Ich meine, für Apple ist das ja schon ein ziemlicher Hammer, dass sie jetzt eben voll auf diese Intelligence-Karte setzen. Das war wirklich der rote Faden durch diese Keynote. Gleich am Anfang kam das. Dann die Geräte, die iPhones sind dafür optimiert. Und dann kommt am Ende eben die Erkenntnis, ja, man weiß es nicht, ob es jetzt kommt in die EU. Und sie sprengt es ja nicht mal an. Also sie klammern das Thema komplett aus. Ich möchte noch kurz einwerfen, das spielt dann im Podcast definitiv keine Rolle, aber es freut mich trotzdem sehr. Wir machen es ja als Livestream. Und im Moment schauen da 2230 Leute gleichzeitig zu. Im Chat geht es ab. Ich komme kaum nach mit Mitlesen. Das ist schon das Gute, wenn man in der gleichen Zeitzone sitzt, lieber Malte. Ja, das ist generell nicht zu verachten. Man ist doch deutlich ausgeschlafener dann. Ja, und zeitlich können wir direkt nach dem Event darüber sprechen. Genau. Ja, jetzt haben wir die Uhr uns schon mal angeguckt, beziehungsweise darüber gesprochen. Ich muss natürlich sagen, die Gezeiten-App freut mich auch sehr, die jetzt integriert wird, wenngleich natürlich da einige App-Entwickler jetzt dann doch sehr traurig sein werden, die jetzt gesharelockt wurden auf diese Art und Weise. Aber das scheint mir doch eine sinnvolle Ergänzung zu sein für den nächsten Urlaub. Sprechen wir über die Airpods. Die Airpods 4 haben sich ja tatsächlich materialisiert in der Art und Weise, wie sie ja auch sich schon in der Gerüchteküche angekündigt haben. Und da waren ja auch Fragen. Da waren ja Fragen wie, kannibalisieren die nicht die Airpods Pro, wenn jetzt zum Beispiel das Active Noise Cancelling dann eben auf ein günstigeres Einstiegsmodell kommt. Und ich muss euch sagen, ich bin doch einigermaßen baff, wie viel von diesen Airpods Pro, den aktuellen, jetzt in diesen Airpods 4, zumindest in der ANC-Variante, drinsteckt. Also selbst ja diese Gestensteuerung mit Nicken und Kopfschütteln ist da ja drin. Ich würde jetzt, wenn ich jetzt gerade vor der Kaufentscheidung stehe, keinen großen Grund sehen, jetzt unbedingt die Airpods Pro zu kaufen. Leo, wie siehst du das? Ist das jetzt so dieses typische Overlap-Problem, was wir bei Apple manchmal haben, dass die im Prinzip die Airpods 3 in Vorbereitung haben und irgendwann hebt sich das wieder auf, der Unterschied? Oder ist das tatsächlich so, dass Apple da vielleicht auch jetzt in eine Preis-Offensive geraten möchte? Ich glaube, dass es die Geräuschunterdrückung ist einfach eine zu wichtige Funktion geworden insgesamt, um die jetzt in dem, sagen wir mal, unter 200 Euro Markt komplett auszuklammern, wie es halt bis jetzt bei den Airpods war. Also das, ich meine, ich glaube, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Also die Airpods 3, ich meine, wir haben ja nie konkrete Zahlen gesehen, aber unter der Hand konntest du ja schon hören, dass die nicht irgendwie wie verrückt verkauft wurden unterm Strich. Obwohl es eigentlich gute Airpods waren. Also ich fand, ich habe die eigentlich immer geschätzt, aber wollte trotzdem die nie langfristig benutzen, weil natürlich die Pro-Varianten so viel mehr an Funktionen geboten haben und immer noch bieten natürlich und auch so viel mehr an Funktionen bekommen und halt weiterentwickelt wurden von Apple, während die Airpods 3 einfach so im Line-up waren und mit denen eigentlich dann gar nicht mehr viel passiert ist. Und da hat sich das halt so ein bisschen aufgespalten und die ganze, dieser ganze Airpods-Audiomarkt hat sich, also der ganze In-Ear-Markt hat sich so stark gewechselt, auch nach unten, preislich nach unten bewegt ja in den letzten Jahren, dass da, glaube ich, jetzt einfach mal Zeit war zu reagieren und von Apples Seiten. Mit Beats haben sie es ja lustigerweise schon gemacht. Nur die Airpods hingen halt letztlich hinterher und ich denke, das war jetzt einfach wichtig, das mal zu vollziehen. Und jetzt bleibt natürlich ein bisschen die Entscheidung persönlich, mag man halt gern diesen Pfropfen im Ohr, der halt ein bisschen mehr abschottet oder mag man den halt nicht? Also, weil die Leute, die den halt nicht mögen, die werden sehr froh sein wahrscheinlich, dass jetzt mit den Airpods 4 sie eine Alternative haben, wo sie doch vielleicht eine adäquate Geräuschunterdrückung bekommen. Aber wer sich natürlich richtig isolieren und abschotten will, geräuschmäßig, der wird natürlich mit dem Pro-Modell, gehe ich zumindest schwer davon aus, weiterhin deutlich besser fahren. Und alles, was sie Richtung Hörgesundheit ja angekündigt haben, das ging ja wieder rein auf die Pro-Modelle. Also, das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, das ist nicht für jeden relevant. Das kommt nicht auf die Vierer. Genau. Da kann natürlich jeder, also ich meine, ist ja gut, wenn das für einen nicht relevant ist, kann man froh sein. Super, ich kann gut hören, alles gut. Aber das sind ja schon wichtige Funktionen. Und da bist du halt mit den Pro-Modellen nach wie vor einfach in der komfortablen Situation, dass solche Sachen einfach auf diese Pro, also zumindest jetzt die zweite Generation von den Airpods Pro halt einfach draufkommt. Aber sieht dir das als Breitenfunktion an? Also die Hörhilfe, sage ich mal, dieser Geräuschminderung, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das so eine Breitenfunktion ist, wo viele, die jetzt auf Festivals gehen, auf Konzerte oder so, dann vielleicht davon profitieren, weil sie einfach sagen, ich kann das für mich, ich meine, das ist so ein Ärgernis, was viele haben, dass es häufig dann viel zu laut ist, nach dem eigenen Empfinden nach. und dann hinterher fiepen die Ohren und man hat auch irgendwie Angst um sein Gehör und das ist ja dann eine wirklich nützliche Sache, die, glaube ich, auch eben wirklich im Alltag vieler Menschen eine Rolle spielt. Ich habe mich so gefragt, so ein Hörtest, klar, das sind alles so Sachen, wenn man jetzt betroffen ist, jetzt zum Beispiel, dass man eben Angst hat um sein Gehör, aus welchen Gründen auch immer, Anlass dazu hat oder eben auch jetzt dann diese Hörhilfen, gibt es natürlich auch ganz viele Menschen, die die brauchen. Aber es ist ja eigentlich nicht so ein klassisches Consumer Feature, sage ich mal, wie jetzt andere Gesundheitsfunktionen, die wir gesehen haben, die man ja, sage ich mal, den Puls nehme ich häufiger. Das ist, glaube ich, das begegnet mir mehr im Alltag, alleine durch Bewegung und in verschiedenen Anwendungen. Und ich habe mich halt gefragt, ob die AirPods Pro damit nicht doch sehr speziell jetzt unterwegs sind und bin dann doch ein wenig am Zweifeln, ob die AirPods 4 nicht doch den zumindest vorläufig erstmal so ein bisschen die Gunst dann nehmen könnten. Ich glaube nicht, dass sie sich so stark stören. Also das mit dem Hörtest vielleicht noch, da bin ich der Meinung, wenn man das dann macht, das kann man ja einfach mal probieren und dann werden wahrscheinlich ziemlich viele merken, dass sie gar nicht mehr gut hören. Weil der Witz ist ja, du merkst das gar nicht. Also wenn du sprichst aus einer gewissen Erfahrung, einfach weil im Radio ganz viele Leute nicht mehr so gut hören, ich glaube ich noch nicht. Aber das ist ein verbreitetes Problem. Also von dem her schadet, das sicher nicht, den Test mal zu machen. Aber ich glaube vor allem, der Punkt ist der, es gibt halt ganz viele Leute, ich kenne auch in meinem Umfeld ganz viele, die sind entweder Pro-Typen oder nicht und zwar mit den Ohren. Da fallen die anderen einfach immer raus. Da stellt sich die Frage gar nicht. Und umgekehrt gibt es natürlich Leute, die sagen, nein, bei mir gehen die Pros nicht. Diese blöden Noppel da, das funktioniert einfach nicht. Und die hatten bis jetzt das Problem, dass sie gar kein ANC hatten. Und jetzt haben sie eine Wahl. Ich weiß nicht, die Preisunterschiede sind 50, 60 Franken wahrscheinlich zwischen den AirPods 4 mit ANC und dann den AirPods Pro. Und ich glaube da, das tut sich nicht so viel. Also weil ich, also ich kenne ganz ehrlich gesagt, bei meinen Ohren ist es auch ähnlich. Ich kenne kaum Leute, die bei beiden sagen, funktioniert genau gleich gut. Ich kenne meistens Leute, die entweder das eine viel besser haben oder es nicht rausfällt oder das andere. Und darum, glaube ich, tun die sich gar nicht so weh. Ich glaube, dass mit den Datenpunkten, also diesmal redeten sie ja von 50 Millionen Datenpunkten, die da eingeflossen sind. Sozusagen der Universalschlüssel fürs Ohr. Dennoch glaube ich, am Ende haben die ja doch eine statische Form. Also am Ende wird es ja doch dann eben dann Haken und Ösen geben, wenn man einen festen Gegenstand sich in die Ohren stopft. Und du hast ja recht, das ist natürlich, das war ja diese Glaubensfrage von Anbeginn. Das hatten wir schon bei den Stäbchen-Airports, wo ja auch einige drauf geschworen haben. Die haben gesagt, nein, ich will die mir nicht nehmen lassen. Und umgekehrt gibt es eben viele, die eben dann eben auch diese Silikonaufsätze nicht missen möchten. Also das allein als Unterscheidungsmerkmal wird natürlich sich weiter dann da verkaufen. Ja, genau. Wenn wir auf die Airpods gucken, dann gibt es ja nach vier Jahren auch das erste Mal ein Update für die Airpods Max. Dann kann man sagen, ja, erstmal ja ein positives Zeichen. Da war ja lange nicht so ganz klar, ob Apple denen die Treue hält. War ein bisschen holpriger Start damals, so mitten im Corona-Geschehen. Und dann hat sich ja nie was getan, nicht mal eine Farbe gab es. Und jetzt werden, jetzt wird dieses ungewöhnliche Flaggschiff der Airports ja aktualisiert. Aber findet ihr, das wäre die zwei schon wert gewesen? Oder hätte Apple da vielleicht auch ein bisschen mehr noch spendieren können? Leo, wie geht dir das? Du grinst. Ja, also es wäre, sagen wir mal, relativ dreist gewesen, wenn sie da zwei hinten dran geschrieben hätten, sagen wir es mal so. Also ich glaube, es ist okay, dass sie jetzt irgendwas mit denen gemacht haben. An USBC wären sie natürlich langfristig ja sowieso nicht vorbeigekommen. Zumindest, wenn sie die auch innerhalb der EU weiter verkaufen wollen. Insofern mussten sie diesen Schritt ja sowieso tun. Also einfach mal durchführen. Und da bot sich es dann jetzt wahrscheinlich einfach an, da noch ein paar Farben dazu zu packen und das irgendwie als unter demselben Namen weiter zu verkaufen. Also ich muss sagen, ich habe persönlich relativ, eine relativ geringe Bindung zu diesen, zu den Max-Modellen. Ich bin mit denen nie besonders warm geworden. Das ist was, was mich nie angesprochen hat. Deshalb sind die bei mir so ein bisschen auch geistig unter den Tisch gefallen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die bei Apple so ein bisschen unter den Tisch gefallen sind. Und ich finde es ein bisschen schade, weil es ja ganz offensichtlich Leute gibt, die erstens extrem begeistert davon sind und zweitens auch, die einfach mit großer Freude tragen. Und da ist es dann doch mitzubekommen, dass es halt einfach nicht vorangeht, finde ich da auch immer. Also das frustriert mich dann auch für andere Leute ein bisschen mit, auch wenn es für mich selbst nicht so relevant ist. Ja, das ist ein merkwürdiges Produkt. Also das, auf der einen Seite, ich sage mal, der Ton ist ja eine Klasse für sich, finde ich. Also es ist natürlich schon nochmal was ganz anderes. Aber ich gebe dir recht, Apple hat einen etwas merkwürdigen Kurs da auch mal auch gefahren. Zwischenzeitlich tauchten da mal bei Influencern dann wieder auf. Da hatte man das Gefühl, jetzt wollen sie dem Ganzen einen Push geben. Aber im Großen und Ganzen wirkte Apple über die Jahre gesehen ja doch eher glücklicher mit seinen klassischen AirPods. Und man hat sich immer so ein bisschen gefragt, ist der gleiche Name eigentlich richtig? Weil die Schere eigentlich auch, sage ich mal, in der Aufmerksamkeit zu weit auseinandergegangen ist. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ob jetzt mit diesem Update vielleicht da eine neue Liebe entdeckt wurde bei Apple oder ob das jetzt erstmal so bleibt wieder. Ja, ich glaube, die AirPods Max sind natürlich auch in einem Preisbereich, wo du quasi schon, du musst schon Enthusiast sein, dass du dir die kaufst. Weil du kannst ja auch Sony kaufen, die ein genau gleich gutes, praktisch gleich gutes Noise Cancelling haben, die aber nur die Hälfte kosten. und auch okay Tönen. Also du musst schon, das muss dir schon was wert sein. Das sieht man auch bei Sonos. Die A's, die sind gleich teuer, die verkaufen sich offensichtlich auch nicht so toll und so. Also es gibt da so eine 500 Franken Preisrange für gute Kopfhörer, die halt nicht die Masse ansprechen. Im Vergleich, ich will nicht wissen, wie viele AirPods Pro oder normale AirPods Apple verkauft im Vergleich zu den Macs. Das ist wahrscheinlich krass. Aber trotzdem muss ich sagen, also klar, USB-C und Farben nice, aber zumindest den H2-Chip hätten sie eigentlich reinbekommen. basteln können, auch weil wir ja nicht genau wissen, was in Zukunft da noch kommt an neuen Features und da werden dann die AirPods Max definitiv rausfliegen, weil sie das dann einfach nicht mehr können. Also ich fand, das war schon extrem uninspiriert, dieses Update. Ja, 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 nach vier Jahren. Also es ist schon, ist schon wirklich schon ziemlich krass, dass sie, es wurde ja auch bis zuletzt gemutmaßt, ob sie überhaupt kommen. Und als sie dann kamen, dachte ich, oha, jetzt kommt die große Überraschung. Aber ja, war dann doch eher alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, jetzt sind wir ja bei dem Kernpunkt dieser Keynote, dieses Videos. Vielleicht mal zwischendurch gefragt, ich meine, Apple setzt ja jetzt das unvermindert fort, diese ganze Sache mit dem Video. Man braucht sich eigentlich auch gar nicht mehr darüber unterhalten, ob sie das nochmal ändern wollen. Aber wie finden wir das? Also wie seht ihr diese Entwicklungskurve gerade mit Blick jetzt auf diese Keynote? Hat das gut getan oder verlockt das nicht auch eher, dass da zu viele Werbeinseln drin gemacht sind? Ich habe mich echt gefragt, zwischendurch, hätte Apple sowas in der Bühnenpräsentation gebracht, als sie jetzt dann so Längen drin hatten? Oder ist das nicht auch das Format, was es dann leicht macht, dann auch hier nochmal einen Werbespot einzubauen, einen sehr länglichen oder dass Craig Federighi nochmal alle Vorteile der Apple Intelligence einzeln auflistet? Da hatte ich das Gefühl, war das Tempo bei Bühnenpräsentationen in der Vergangenheit doch ein anderes. Jein, also sie haben natürlich früher auf der Bühne auch zwischendurch, ich erinnere mich da an, ich kann ja nicht mehr sagen wann, als sie mal irgendwie drei Spots über Games gemacht haben, wo sie verschiedene Games zwar auf der Bühne vorgestellt haben, aber danach dann noch die entsprechenden Werbespots hinten dran gezeigt haben. Es gab es schon auch, aber ich gebe dir recht, also gerade bei der iPhone-Präsentation fand ich, also das hätte man problemlos um eine halbe, dreiviertel Stunde kürzen können, das ging ja unfassbar lang für relativ wenig Infos, ob das am Format liegt oder eher daran, dass sie halt nicht so viel zu sagen haben und das dann entsprechend ausschmücken, weiß ich nicht, wie siehst du das, Leo? Ich glaube nicht, dass es primär ein Format-Problem ist, oder? Ich glaube es auch nicht, ich sehe es auch weniger im Format, muss ich sagen, gerade dieses Jahr, ich denke, dieses Jahr war ernsthaft zu wenig zu erzählen, also das muss man, muss man sagen, ich meine, ohne die, ohne jetzt die Produkte schon vorab einfach zu kritisieren, ohne sie in den Fingern gehabt zu haben, aber es gab einfach, wenn du es direkt mit dem letzten Jahr vergleichst, gab es einfach zu wenig, um da halt anderthalb Stunden mitzufüllen und vor allem nicht in dem ja sonst schnellen Tempo der Videos, da ist ja die Schwierigkeit noch größer, wenn du irgendwie so eine Live-Präsentation hast, dann kommt einer auf die Bühne und dann sagt er Hallo zum anderen und dann gibt es eine Demo und dann passiert irgendwas und das zieht sich alles sowieso so langsam hin und da füllst du natürlich irgendwie ein ganz anderer, das geht alles ganz anders voran, aber bei diesen schnellen Filmen und dann halt, ich meine, dass sie jetzt, dass sich da Federighi hingestellt hat und zum Beispiel nochmal die Apple-Intelligence-Geschichten wiederholt hat, war relativ zu erwarten und ist natürlich für uns als Beobachter, die halt da im Detail drin sind, super langweilig, weil halt wirklich praktisch eins zu eins wiederholt wurde, was wir im Juni gesehen haben und danach natürlich und wer sich mit den Betas beschäftigt, kennt natürlich die ganzen Geschichten sowieso und weiß, wo es halt jetzt ist, aber die iPhone-Keynote spricht ja ein anderes Publikum, mit der Apple spricht da ja schon ein deutlich breiteres und auch ein anderes Publikum an als halt nur uns als jetzt irgendwie Journalisten, die da irgendwie oder Medienschaffende, die da irgendwie mittendrin stecken und natürlich auch nicht die Entwickler und die, die sowieso irgendwie sich die WDC anschauen, ist ja eine viel kleinere Schnittmenge von dem, was halt irgendwie diese iPhone-Keynote an Publikum hat und ich denke, da ist es legitim, das war ihnen wichtig, das nochmal zu erzählen und das haben sie halt nochmal gemacht und das hatten wir in der Vergangenheit auch mal wieder. Ich meine, wenn du da halt all das schon mal gesehen hast, ist das halt furchtbar langweilig, weil du halt jede von diesen Keynoten kennst und das heißt, du kennst genau die Teile, die sich wiederholt haben. Aber ich meine, wer schaut sich sonst jede Keynote an? Also ich meine, das machen wir, das machen auch sicher unter den Zuhörenden, das wird das sicher auch der eine oder andere machen, vielleicht mehr auch da als da draußen in der breiteren Masse an Leuten insofern. Das ist einfach so und da muss man damit rechnen, dass da einfach Wiederholungen, glaube ich, kommen. Das ist dann auch okay, vielleicht bis zu einem gewissen Grad. Im Chat wurde darauf hingewiesen, dass insgesamt die Übergänge diesmal ein bisschen weniger rasant waren. Also wir hatten ja, bei der WWDC war das, glaube ich, war ja sehr viel Effektfeuerwerk, was das anging und in der Tat, also als ich das las, habe ich auch gedacht, klar, es gab ein paar Drohnenflügel gleich am Anfang, wo ja dann durch den Ring geflogen wurde zu Tim Cook, mitten dann an dem Regenbogenbogen, aber sonst war es ja doch vergleichsweise zahm. Also zumindest damit haben sie jetzt keine, haben sie jetzt nicht Zeit aufgebaut, dass sie jetzt allzu effektreich diesmal unterwegs waren. Jetzt sind wir beim wichtigsten Punkt dieser iPhone Keynote und das ist das iPhone. Das iPhone 16 und das iPhone 16 Pro. Das iPhone 16, muss ich euch sagen, hat mich irgendwie positiv überrascht. Ich hatte eigentlich nach den genickten Bildern bei den Farben Grausiges erwartet, muss ich sagen. Und ich fand zumindest das, was im Video gezeigt wurde, von den Farben her doch deutlich schicker. Also das sieht doch sehr gut aus. Ansonsten, Kamera-Button ist ja das große Thema, über das ja auch kontrovers im Vorfeld diskutiert wurde. Wie kam der bei euch jetzt an? Leo, du hast ja mal zu mir gesagt, du freust dich auf den Kamera-Button. Ist die Freude ungebrochen? Ja, durchaus. Also ich denke einfach, der war überfällig und ich bin relativ froh, dass sie tatsächlich nicht den doch etwas albernen Schritt gegangen sind, den nur in die Pro-Reihe zu quetschen. Also das wäre halt, hätte ich mir vorstellen können, dass sie das machen, aber ich hätte es schade gefunden. Und deshalb fand ich es erfreulich, dass dieser Kamera-Button jetzt halt in der kompletten Modellreihe angekommen ist und dass du natürlich in dem Basis-16er halt auch den Action-Button bekommst. Du kriegst praktisch zwei Knöpfe mehr dieses Jahr. Ja, genau. Das ist ja schon mal was, oder? Also insofern, und ich bin, ich denke, dass dieser Kamera-Button, dass der halt ein, also ich hoffe zumindest, dass er halt einen Mehrwert im Alltag bietet, der vorher einfach nicht da war. Also ich vermisse, ich vermisse, habe diese Art von Button vermisst beim iPhone und ich hoffe, dass der jetzt da mit mir geliefert wird, was ich mir damit verspreche. Und sie basteln ja, haben ja sehr viel Funktionalität da dran gehängt. Vielleicht sogar zu viel, das muss ich noch zeigen. Was für ein Kontrast, was für ein Kontrast nebenbei bemerkt. Der Action-Button ist ja immer noch so eine Ein-Knopf-Bedienung. Was sie auch noch mal betont haben, man könnte sich ja einen Shortcut basteln, einen Kurzbefehl und dann könnte man ja auch zwei Funktionen da belegen oder mehr. Aber ich habe so gedacht, das ist ja eigentlich nach wie vor die gleiche Bastellösung wie bei der Vorstellung, dass es nicht möglich ist, einfach softwareseitig in den Einstellungen was vorzuhalten. Dass man da irgendeine Art Modus hat, allein durch Doppelklick oder Dreifachklick. Ich meine, das ist eigentlich kein Feature, was man jetzt mit Hardware verkaufen muss, weil ich gehe davon aus, der Button kann das per Software auch jetzt schon, auch im alten Gerät. Aber es ist interessant, dass sich das so gehalten hat. Aber das war bei der Präsentation, also als sie angefangen haben zu erklären, was du alles auf dem Kamera-Button machen kannst, habe ich gemerkt, dass mein Gehirn irgendwann plötzlich ausgestiegen ist. Weil das fing halt an, das ist immer mehr, es wurde irgendwie nach rechts und links und dann wurde gedrückt und halb gedrückt und dann noch ein bisschen und dann wurde hier und dann kannst du diese Einstellungen und oben kommt noch ein Bedienelement und dann kannst du nach links und nach rechts scrollen. Und da habe ich gedacht, okay, das muss ich selbst ausprobieren, bis dahin, das ist irgendwie Quatsch, da hinterher zu denken. Und da ist halt, also die Komplexität erschien mir etwas sehr hoch, ungewöhnlich hoch, gerade im Kontrast zu dem Action-Button und zu diesem Eine-Aktion-Auslöse-Action-Button, wenn man sich da nicht seine eigenen Lösungen bastelt, dann, ja, schauen wir mal, wie der Kamera-Button läuft. Aber ich bin froh, dass er da ist, weil das iPhone ist halt zu einem guten Prozentsatz eine Kamera, nicht nur für mich, ich glaube für so viele und deshalb ist es, der, ja, der Kamera-Button trägt dem einfach Rechnung und ist, glaube ich, ein Vorteil, dass der jetzt an der richtigen Stelle auf der richtigen Seite ist und nicht auf der falschen Seite wie der Action-Button. Ja, clever ja auch, dass man ihn wirklich sowohl hochkant wie auch im Querformat nutzen kann, das ist für die ganzen TikToker und Co. super wichtig. Also ich bin auch, ich bin auch gespannt drauf, er hat mehr Features, als ich mir das erwartet hätte, das macht ihn einerseits spannender, andererseits muss man gucken, ob man sich dann nicht verklickt oder besser gesagt verwischt, weil man ja auch mit Wischen ganz viele Dinge tun kann, also muss man schon sich dann so ein bisschen umgewöhnen. Die Idee, dass man zum Beispiel zoomen kann, finde ich eigentlich super clever, wenn man es schon hält, dass man dann nicht eben umgreifen muss und auf dem Bildschirm rumtippen, aber ja, das muss man letztendlich mal testen. Wichtig sicher, dass er wirklich in beiden Geräten ist, weil das heißt, von jetzt an ist das der Standard, den alle iPhones haben und damit finde ich aber auch, gerade weil der in beiden Geräten ist, finde ich jetzt so unmittelbar nach der Keynote eigentlich das iPhone 16, also nicht das Pro, fast das interessantere Gerät. Ich habe den Eindruck, da ist mehr passiert. Wir haben ja auch gelesen, es gibt ein Always-On-Display, haben schon verschiedene hier im Chat geschrieben, was richtig geil ist, dass das jetzt aufs normale iPhone kommt und kein Pro-Feature mehr ist. Also da ist extrem viel passiert dieses Jahr. Auch der Prozessor, dieser Sprung jetzt dann da von A16 Bionic auf A18, klar, es ist nicht der gleiche Prozessor wie früher, bei den Pros und bei den Standardmodellen, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass es dann auch da dieses 16er, dieses Standardmodell so ein bisschen aus dieser Wir-ziehen-so-hinterher-Lücke rausholt. Das war ja so der Eindruck, der sich in den letzten Jahren so manifestiert hat. Es war der Vorjahresprozessor, der Action-Button kommt jetzt auch mal und die Dynamic Island kommt mal und jetzt ist es aber wirklich so, das zieht in mancherlei Hinsicht gleich, auch wenn ich glaube, dass der Kamera-Button auch mit Blick auf Apple Intelligence einfach beiden spendiert wurde, dass sie einfach gesagt haben, wir wollen diese Intelligence dann eben da durchweg einführen und der Button ist ein elementarer Bestandteil des Ganzen, dass sie das gar nicht so sehr von der Kamera nur gesehen haben. Ja, das glaube ich auch und ich glaube auch, gerade bei der Kamera, man hat ja gesehen, dass sie beim Pro dann extrem auf diese Profi-Geschichten fokussiert haben, 4K, 120 FPS und so weiter und es gab ja eigentlich nur, nur Bilder und Ausschnitte von Profis, die das in so einem riesen Rig haben und damit jetzt quasi Kameras machen und ich fand, das ist wie so ein bisschen, das war wie ein Zeichen, so quasi, man könnte es auch so verstehen, hey, die Kamera braucht ihr wirklich nur, wenn ihr Megaprofi seid, sonst ist die andere ja auch toll. Also ich fand, das war schon ziemlich krass in die Profi-Kamera-Ecke gedrückt und den Rest hat man eigentlich vor allem beim iPhone 16 erklärt. Ja. Ja, mal sehen. Also ich bin natürlich neugierig, wenn wir die Kamera-Vergleichstests sehen werden, weil man muss ja auf der anderen Seite sagen, dass zumindest von den Spezifikationen sich jetzt, was den Sensor offensichtlich angeht oder die Hauptkamera, dass sich da vom iPhone 15 zum iPhone 16 auf dem Datenblatt zumindest nichts getan hat. Also du wirst aus dem iPhone 16 praktisch dasselbe Foto herausholen wie aus dem iPhone 15, was nicht verkehrt sein muss. Also iPhone 15 kannst du auch, also 15 Basismodelle, kannst du auch gute Fotos machen. Es ist nicht so, als wäre da von der Qualität jetzt irgendwie, das ist ein Drama. Und trotzdem hast du natürlich immerhin diesen Kamera-Button. Aber es stimmt natürlich, also beim Pro haben sie jetzt natürlich wirklich sehr stark, gerade was Video angeht, halt in diese Pro-Kerbe geschlagen. Es hat sich ja so ein bisschen letztes Jahr schon angedeutet, seit sie halt die ganzen Möglichkeiten mit externen Speichermedien halt hatten und das halt wirklich ernsthaft, ernsthaft filmen kannst letztlich und deinen Filmen und Workflows halt entsprechend hast. Und die haben sie jetzt sehr konsequent weiterentwickelt. Das sah schon spannend aus, muss man sagen. Auch diese Idee, diese fotografischen Stile, die ja schon eine ganze Zeit da waren, die halt praktisch dein Bild irgendwie so ein bisschen anpassen, farblich könnte man sagen, einfach gesagt, die jetzt mal auszubauen, sodass du die nachträglich auch noch umsetzen kannst und da viel mehr Möglichkeiten hast, wirklich Bildstimmung und Bild zu verändern. Ich meine, wir bewegen uns immer weiter von dem Terrain. Das sah so aus, wie ich es gesehen habe, ein bisschen weg. Aber diese Idee, was ja auch Apple da oder eine Managerin, die es präsentiert hat, da in den Vordergrund gestellt hat, dass du so eine Art Color Grading für deine Fotos halt bekommst, also auf einem hoffentlich sehr hohen Niveau. Das war schon was, was mich sehr aktiv angesprochen hat, muss ich sagen. Und ich habe es noch gar nicht nachgeschaut, aber das hörte sich für mich fast ein bisschen so an, als würde das auch. Also auch die Stile, diese fotografischen Stile, diese erweiterten, dass die halt den Pro-Modellen vorbehalten bleiben wohl. Also ich befürchte, dass wir die in den Basismodellen gar nicht sehen werden. Aber das ist natürlich auch ein sehr Detail. Also ich weiß nicht, wie viele Leute, also ich meine, ist man da wirklich schon so im Semi-Fotografen-Bereich oder ist das für normalen Nutzer auch interessant? Ja, aber ich glaube schon, dass das, also das ist ja klar herausgearbeitet worden, heute auch in diesem Event, dass eben die Kamera das Zentral, immer mehr zum zentralen Unterscheidungsmerkmal wird, warum ich mir ein Pro kaufen soll. Und dass Apple ja bewusst damit auch spielt, dass sie ja klar den professionellen Filmemacher auf der einen Seite adressieren, dass sie sagen, hey, du kannst auch mit deinem iPhone mal eine Passage drehen, dass sie aber genauso eben dann auch semi-professionelle Features dann eben dann auch beim Pro positionieren, dass eben der, sag ich mal, ambitionierte Amateur schon irgendwie dann nervös wird und denkt, ach ja, vielleicht möchte ich das doch lieber haben und greife dann zum Pro. Also sie machen das schon sehr, sehr klug, finde ich, so Marketing-strategisch, aber es fällt halt extrem auf, es ist mir dieses Jahr wirklich extrem aufgefallen, dass die Kamera so zum Hauptunterscheidungsmerkmal eigentlich geworden ist und alles dreht sich eigentlich um das Aufnehmen von Videos und Fotos und alle anderen Anwendungen sind total in den Hintergrund gerückt. So dieses, gab es noch nicht mal Apps, ne, zum Beispiel. Es blieb nur KI und Fotos blieben dann übrig. Und schon noch mal die Spiele. Ja, und bevor wir im Nachhinein ich dann die Korrektur zu hören bekommen, nur nochmal um es nachzutragen, also diese neuen fotografischen Stile scheinen auch auf das iPhone 16 Basismodell zu kommen, zumindest, was sehr erfreulich ist, weil dann kann man da eben seine Bilder durchaus auch so schön nachbearbeiten und das sah zumindest, was Apple jetzt gezeigt hat. Ich meine, sie haben natürlich immer sehr tolle Bildssachen, die sie da präsentieren, ist klar. Aber das sah schon sehr reizvoll aus, muss ich sagen. Also mich hat es sehr angesprochen. Ja, und was ja auch noch, das habe ich mir auch noch notiert gehabt, einfach, dass wir das nachreichen, dass wir korrekt sind. Beim iPhone 16 wurde ja die Ultraweitwinkel auch verändert. Die hat jetzt Autofokus, dadurch hast du jetzt den Makromodus dort auch. Also das ist schon auch etwas, was ich denke, was eben so eine Breitenwirkung dann hat, wohingegen natürlich diese Pro-Features nur spezielle Leute ansprechen oder die, die gerne Pro wären, auch wenn sie es nie brauchen. Aber das fand ich schon, also ich, sie haben schon, finde ich eigentlich, das 16er ganz schön poliert. Ja, Makromodus ist, glaube ich, echt ein Punkt, den der viele freuen wird, die bis jetzt halt auf der, auf den Basis-Versionen waren oder halt sich deshalb vielleicht ein Pro gekauft haben. Also der Markt, der ist schon nett und den braucht man auch einfach für allerhand Sachen. Also das ist, denke ich, ein toller Modus, der schade ist, wenn der fehlt. Also insofern sehr freulich, dass der auch ein Basismodell ist. Spatial Video kann man auch machen. Die Vision Pro hatte ja tatsächlich eine kleine Erwähnung und einen visuellen Auftritt. Man soll es nicht glauben. Ja, und man kann sogar, ja, und Spatial Videos und Spatial Fotos, die ja bis jetzt einfach, die gingen ja nicht mit dem iPhone, sondern musstest du ja die Vision Pro dafür nehmen und wie dieser, ja, wie in Apples Demo der Familienvater, der zum Kindergeburtstag mit der Vision Pro kommt und dann Fotos macht. also das heißt, dass diese räumlichen Fotos, die ja eine sehr feine Funktion von der Vision Pro auch sind, neben den Videos natürlich, dass die halt eben auch mit den iPhones gemacht werden können, das ist schon sehr sinnvoll natürlich und sind sehr kleine Schritte, aber ich bin für die, für die paar Vision Pro Benutzer, die halt da sind, durchaus erfreulich. So ist es ja schon. Die paar, genau. Ja, ich meine, was ja auch noch, sorry, was ja auch noch erwähnt wurde, das können wir kurz erwähnen, aber beim iPhone 16, bei allen Verbesserungen, die passiert sind, haben wir, glaube ich, immer noch ein 60 Hertz Screen, Apple hat zumindest nichts dazu gesagt. Es gibt gewisse, die sich da furchtbar drüber aufregen. Ich bin ja auch so ein Armer, der das leider sieht. Das heißt, ich muss mir per se schon nur ein Pro kaufen, aber der Punkt ist halt nach wie vor der, und das finde ich wichtig, dass man es einfach erwähnt, wahrscheinlich 95 Prozent der Leute sehen das halt einfach nicht. Und denen ist das komplett Wumpe, ob das 90 Hertz, 120 oder 60 sehen, für die ist mehr die Frage, ist es hell genug oder nicht. Und ich glaube, da hat Apple, klar kann man sagen, die Konkurrenz, du findest nirgends ein Telefon für 1000 Franken, das das nicht hat. Also bei Android gibt es das schon ab 500, kann man sich drüber ärgern, aber ich glaube, ein Impact darauf, dass die Leute deswegen das Pro kaufen, glaube ich eigentlich nicht. Ja. Nein, also ich denke mal, sie reizen so ein bisschen damit, dass sie haben es ja auch bei den Pro nochmal herausgearbeitet, dass es 120 Hertz hat. Es ist ja jetzt nicht nur so eine Speck-Geschichte, sondern sie nehmen es ja auch ins Marketing mit auf, aber ich denke auch, dass das nicht so, dass das entscheidende Zünglein an der Waage ist. Wenn wir schon beim Pro sind, ich weiß nicht, habt ihr noch zum Basismodell etwas, sonst können wir eigentlich fließen, wir sind ja schon so ein bisschen beim Pro dazu übergehen. Ich musste ja sehr schmunzeln, als sie dieses neue Alu-Chassis da erwähnt haben, das ja nun so eine große Verbesserung bringt. Sicherlich auch mit Blick auf den neuen Prozessor, der ja anspruchsvoller ist, aber seien wir doch mal ganz ehrlich, da sehe ich doch vor allem eine Reparaturen, Anführungszeichen, für ein Wärmeproblem, über das doch nicht wenige Nutzer in den letzten Jahren geklagt haben, oder? Absolut, hundertprozentig. Also ich glaube, da haben sie wirklich das iPhone 15 Pro, das ja wirklich, wir hören es immer wieder, wir kriegen Zuschriften, fast alle, die ich kenne, sagen, ja, das Ding wurde wahnsinnig heiß diesen Sommer, das haben sie jetzt so auf die elegante Art, ohne da groß drauf einzugehen, haben sie dieses Problem, glaube ich, jetzt behoben. Und ja, man kann es eben, man kann dann von Gaming sprechen und wie toll das jetzt alles ist, aber im Endeffekt ist es halt so, dass mein iPhone 16 Pro Max nach wie vor viel zu warm wird und dieses Problem dann behoben ist, ja. Und dann haben wir größere Displays bekommen, ich meine, da muss ich jetzt Jean-Claude, glaube ich, nicht zu fragen, ob er daran anbeißt. Ja, macht's groß, geht dir was. Ich sehe gierige Augen. Wie siehst du das Thema Displaygröße, Neo? Hatte ich das, hast du einen überzeugenden Grund bekommen, warum man jetzt 6,9 Zoll beim Pro Max haben möchte? Ach so, naja, also ich meine, der Trend ist ja einfach unweigerlich da, dass halt einfach Leute wie verrückt größere Telefone kaufen. Also ich glaube, das ist nicht wegzudiskutieren, auch wenn ich immer noch Schwierigkeiten habe, da hinterher zu kommen, aber es ist, ist halt einfach so, der Markt ist, glaube ich, dafür da, dass die durchaus noch größer werden können und es ist halt jetzt wieder so ein Balanceakt, also ich meine, sie hatten gerade, also das iPhone 14 Pro war ja wirklich ein Pro Max, beide natürlich relativ schwere Prügel und dann kam mit der Titan-Umstellung jetzt mit den 15ern, 15 Pro, 15 Pro Max, hat man dann plötzlich gemerkt, oh, das geht schon auch deutlich leichter und das fühlte sich viel besser an als, also zumindest für mich fühlte sich das viel besser an als 14 Pro und jetzt haben wir halt wieder so, dass die Geräte jetzt doch wieder ein Tick schwerer natürlich werden. Ich habe mir die Größen noch gar nicht so richtig angeschaut, aber muss man dann mal schauen, wie die halt in der Hand liegen, also jetzt 16 Pro und 16 Pro Max mit ihren eben ein bisschen größeren Displays. Auf der anderen Seite bist du halt in der Größenregion angekommen, wo es vielleicht auch schon wieder vernachlässigbar ist und man dann auch argumentieren könnte, ja okay, dann ist ja erfreulich, dass da vielleicht du nochmal einen Tick mehr Bild hast und wahrscheinlich sind die Gehäuse ja auch kaum größer geworden, weil sie sind ja darauf rumgeritten, dass der Rand natürlich nochmal dünner ist und das sieht natürlich schon auch schick aus. Also ich glaube, das hat auch einen optischen Effekt, der nett ist. Und du hast natürlich jetzt, also gerade wäre es sozusagen das kleinere, also eben das Pro statt das Pro Max nimmt, der hat dann jetzt doch schon ein ziemlich großes Display ja auch. Ist auch groß meinst du. Ja, ja, also auch, dadurch, dass es auch nochmal größer geworden ist, da hat man vielleicht, der Kompromiss ist vielleicht nochmal ein interessanterer geworden und zumal man halt eben das Fünffach, das Tele ja jetzt auch bei dem Basis-Pro-Modell hat, sind die jetzt halt sehr nah funktionell austauschbar wieder. Das ist ja immer unterschiedlich gewesen in den letzten Jahren, wie weit die, also Pro und Pro Max voneinander entfernt waren und ich glaube, im letzten Jahr war es irgendwie klar eigentlich, okay, 15 Pro Max wäre irgendwie das reizvollere Gerät, war das reizvollere Gerät und dieses Jahr würde ich zum Beispiel jetzt für mich persönlich wahrscheinlich eher wieder zum normalen Pro zurückgreifen, zumal es halt Größe und Gewicht ein bisschen erträglicher ist als halt die Max-Variante. Ja und du machst ja jetzt keine, du musst ja keine Kompromisse mehr eingehen. Vor letztes Jahr war es ja noch so, dass du dich halt sagen musstest, wie wichtig ist mir das Klein in Anführungszeichen oder die handlichere Größe und wo verzichte ich dann halt auf die Fünffach-Kamera, hast du jetzt nicht mehr, also jetzt sind sie eigentlich absolut gleich, das heißt, du hast nur noch das Problem Akkulaufzeit und eben die Größe, aber ich finde das eigentlich viel besser so, weil die Diskussion, ich kenne viele Leute, die haben sich dann einen Max gekauft, weil sie diesen Fünffach-Zoom wollten und die ärgern sich aber ein Jahr lang, weil es halt doch irgendwie für sie zu groß ist, kann ich nur so halb nachvollziehen, aber okay, ich mag große Handys und jetzt ist das viel besser, aber jetzt können die quasi einfach ihr Pro kaufen und haben all die gleichen Features auch. Nur, dass das Pro jetzt auch größer ist. Ja, aber... Aber nur ein klein bisschen. Ja, ich musste, ich musste das ketzerisch jetzt einfach mal in den Raum werfen. Aber wenn wir gerade bei ketzerischen Fragen sind, ich meine, wir sprechen über großes Commitment von Apple zum Thema Kamera. Hätte nicht eigentlich auch ein Zehnfach-Tele auch gut zu Gesicht gestanden, wenn sie sich zu Kameras committen? Ja, das ist... Dann hätten sie ihr Design verändern müssen. Hätte man natürlich machen können, weil sie es ja beim normalen 16er jetzt auch verändert. Die Kameras sind ja anders angeordnet. Sie hätten eine vierte Kamera gebraucht, weil dann hättest du halt so eine Kombi machen können, wie das viele ja machen. Dreifach, Fünffach und dann zusammen Zehnfach. Offensichtlich bleiben sie bei diesem Dreier-Setup. Sie wollen von dem auf gar keinen Fall weg. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber ja. Was mich ja so ein bisschen skeptisch zurückgelassen hat und da bin ich wirklich gespannt, wie sich das in der Realität zeigt, sind diese Lobpreisungen auf die Mikrofone. Ich bin ja bei Tontechnik, muss ich sagen, immer sehr, sehr skeptisch, weil ich habe festgestellt, beim Bild kann man schon eher was mit Software ausgleichen als häufig beim Ton. Mag das mit Machine Learning immer besser werden, aber in der Vergangenheit hat Apple uns ja auch schon Studiomikrofone versprochen und ich fand die niemals so wie Studiomikrofone vom Klang her. Tut mir leid, die waren zwar gut, gar keine Frage jetzt, sag ich mal, in ihrer Baugruppe, so von vergleichbaren Mikrofonen anderer Hersteller, das ist sicherlich richtig, aber die ersetzen nicht so ein Teil hier, dass ich gerade reinspreche. Und ich fand das schon ziemlich gediegen, so dass sie so den Kinofilm da gezeigt haben, der da gedreht wird mit der Bartszene und dann hört man angeblich, dass ohne irgendwelche Fragmente dann die Sprache und nicht die Hintergrundgeräusche, da bin ich wirklich auf die Realität gespannt. Die Demo war auf jeden Fall sehr nett, die sie da abgefahren haben, muss ich sagen. Also ich habe die mit großer Freude mir angeschaut und habe mir natürlich auch meinen Teil dabei gedacht. Aber ich denke, wir kommen vielleicht halt an den Punkt, wo man sagt, es ist unter Umständen gut genug. Und ich meine, diese Podcast-Situation oder Audio, Radio, Aufzeichnungen oder so, da kommst du, glaube ich, erst mal an einem ernsthaften Mikrofon schwerlich vorbei. Aber ich glaube, gerade bei so einem, bei einem Filmprojekt ist es natürlich sehr reizvoll, diese sehr komplizierte Audio-Setups irgendwie dazu zu vorstellen, dass das iPhone das irgendwie gemanagt bekommt und du dann den Sound auch noch nachträglich da irgendwie so rummixen kannst, wie du dir da irgendwie den Effekt vorstellst, ist zumindest sehr reizvoll. Ich befürchte auch, dass es natürlich weit entfernt sein wird von einem professionell aufgezeichneten Ton am Set. Aber vielleicht sind wir ein Schritt in diese Richtung. Das sind ja so Prozesse, die dann oder Technik, die sich vielleicht über Jahre dann mal langsam zu diesem Ziel hinarbeitet, dass es halt echt akzeptabel auch wird. Also auf jeden Fall natürlich schön, dass sie die Seite auch angehen, weil ich glaube, was Video, die Videokomponente angeht, das iPhone ja jetzt echt seit Jahren sehr weit vorne war und dieser Tonelement, jetzt haben sie die Zeitdupengeschichte, also 4K 120 zumindest dazu genommen, hat der Jean-Claude sowieso schon gesagt und bloß jetzt das Audio noch, um dieses Gesamtpaket halt sehr schön zu schnüren. Also ich denke, es ist einfach ein guter Ansatz, auch wenn man es in der Praxis natürlich wahrscheinlich vielleicht auch am Anfang jetzt noch nicht so großartig gebrauchen wird. Sprechen wir über den Farbton. Desert Titanium, Wüstenfarben. Gefällt mir mega gut. Ich hatte ja gehofft, dass ich es total doof finde, weil die goldigen, also goldigen, die goldigfarbenen früher fand ich immer eher so ein bisschen doof, sowohl auf der Webseite wie dann auch in Live. Aber das muss ich sagen, weil es so einen Bronzestich drin hat. Also auf der Webseite, es sieht ja meistens dann ein bisschen anders aus, wenn man es wirklich in der Realität hat. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich finde das, ja, mir gefällt das tatsächlich. Wie habt ihr das jetzt? Einfach mal nur vom Blick aus dem Film. Natürlich, wir konnten es noch nicht in der Hand halten. Ich musste über diese Farbgerüchte ständig schmunzeln und lachen, weil wir haben ja furchtbarste Sachen gesehen. Wir hatten ja wirklich eine Variante gesehen, da kann man ja kaum drüber sprechen, so furchtbar war. Und dass da ernsthaft drüber diskutiert wurde, dass das jetzt die neue Farbe ist. Also ich habe echt gedacht, das kann nicht mehr wahr sein, was da diskutiert wird. Und deshalb habe ich das einfach für mich irgendwie so ausgeklammert. Ich finde es auch sehr nett, das Desert Tenenium. Ich finde es auch sehr lustig, dass sie es tatsächlich so genannt haben. Wenn ich mich hier umschaue, ist bei mir immer sehr einfach, weil meine Geräte sind einfach grau in verschiedenen Variationen. Manche sind so ein bisschen dunkler-grau, manche ein bisschen heller. Ja, also deshalb, bei mir landet immer alles, was irgendwie grau oder schwarz ist. Für mich macht das die Entscheidung immer sehr einfach. Aber ich finde die Farbe nett, wenn man sich überlegt, dass es halt trotzdem komisch ist, dass Apple für seine Pro-Geräte halt so vorsichtig an Farben herangeht. Also ich meine, jetzt bei den Basismodellen sieht man ja auch, dass sie sich durchaus zutrauen, da auch mal ein bisschen was, naja, knalliger will man es gar nicht nennen, aber halt so ein bisschen was farbenfroheres halt anzubieten. Aber sobald halt Pro hinten dran steht, hast du halt sowieso nur noch aus verschiedenen Grautönen zu wählen. Krass langweilig. Ja, ja. Und da ist natürlich, das Tätanium macht da schon was her, weil es mal ein bisschen richtig mutig ist. Ja, ja. Genau, genau. Ich glaube, dass der Werkstoff Titan stellt sich ja so ein bisschen vor die Herausforderung, dass sie so knalligere Töne ja sowieso schwer abbilden können. Und ich glaube, dass man hat es ja schon so bei den ersten Modellen gesehen, dass das dann immer sehr in so eine dunkle Ecke geht. Und das jetzt ist ja aber ja tatsächlich jetzt einfach mal, egal, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, ich bin dann noch unentschlossen. Ich muss es mir tatsächlich in echt mal anschauen, weil ich auch festgestellt habe, dass gerade bei Titan eben auch Lichteinfall auch häufig eine Rolle spielt. also Blickwinkel und so weiter. Vielleicht gefällt es mir mehrheitlich dann nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben auch die Frage ist, wie hält man ist und so. Und es ist zumindest aber mal wohltuend anders. Es ist jetzt so nach diesem ganz dunklen, nach diesen ganz dunklen Pros. Und ich muss übrigens auch drüber schmunzeln, dass Apple immer diesen Teil der Keynote in der Nacht zeigt, dass sie da auch nicht von abrücken, dass Pro-Nutzer augenscheinlich Nachtschattengewächse sind. Aber im Garten stehen. Ich meine, das ist ja auch ein witziger Kontrast. Andere stehen in Gebäuden, wenn Tag hell ist und draußen ist es schön und Joss steht halt draußen im Garten, wo dann halt auch der Rasen mal hätte gemäht werden können. Da stand es ganz schön versackt. Aber das ist nur ein Randdetail. Ich fand es nur witzig von der Präsentation her, was man sich dabei denkt. Auf jeden Fall ist es eine ganz interessante Farbe und die muss man sich dann mal genauer angucken, wie die tatsächlich dann ist. Aber apropos, falls ihr das in eine Hülle reinpacken wollt, dann Feinwoben ist vorbei. Tja, zum Glück, sage ich mal. Sang und klanglos. Sang und klanglos. Kein Wort, keine Erwähnung, nichts. Sie haben von ihrem Clear Case haben sie noch was gesagt, ganz kurz, und von ihren Silikonhüllen, aber sonst gar nichts. Das heißt, wir sehen auch nicht irgendwie einen Nachfolger oder irgendetwas Neues, quasi als Drittes, sondern sie haben das einfach gestrichen und jetzt gibt es quasi nur noch zwei Arten von Apple-Hüllen. Es war schon kurzlebig, Feinwoben, in ungewöhnlicher Form, also in mehrererlei Hinsicht, nicht nur bei Apple kurzlebig, sondern natürlich auch im Alltagseinsatz. Zwar bei allen kurzlebig. Ja, also das war natürlich, war schon, glaube ich, also wer sich das gekauft hat, der hat schon viel Ärger sich da letztes Jahr auch mitgekauft und einfach in Anbetracht des Preises, also wenn man sich vorgestellt hätte, dass diese Feinwoben Cases irgendwie 20 Euro oder so gekostet hätten, dann hätte ich gesagt, okay, weil die sahen am Anfang, sahen die durchaus gut aus, also ich fand, ich habe an dem Material eigentlich wenig auszusetzen gehabt, aber es ist natürlich einfach, die sind ja wirklich einfach so dermaßen schlecht gealtert und auch so hässlich gealtert, dass das natürlich der Preis einfach völlig außer Kontrolle gewesen ist in dem Vergleich zu dem, was du bekommen hast, also das war einfach außer Relation. Jetzt schauen wir mal, ob sie das dieses Jahr irgendwie besser hinbekommen haben mit was auch immer sie da jetzt als in Anführungszeichen Nachfolgeprodukt haben. Aber ich meine, der Markt an iPhone füllen, der gibt auch so viel her, also man muss auch nicht unbedingt eine Apple-Hülle kaufen, also es gibt ja echt genug. Stimmt, ja. Natürlich nehmen vieles einfach mit, zumal Apple natürlich auch durchaus, also Apple-Hüllen machen auch immer gut eigentlich bis auf Feinmogen, aber die alten, das ist sicher, der eine oder andere wird auch Leder nachtrauern, aber ich, ja, muss man auch keine Debatte drüber führen, glaube ich, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist, dass Leder rausgeflogen ist als Produkt, ist wahrscheinlich auch, war ein Schritt, der sinnvoll gewesen ist letztes Jahr, auch wenn sie es sehr unklorreich ersetzt haben. Also ich meine auch, man sieht es ja auch in der Autobranche, dass man durchaus, es ist eine müßige Diskussion, glaube ich, dass man Leder durchaus ersetzen kann, ohne da irgendwie qualitativ super Abstriche zu machen. Aber wenn du natürlich den Leuten am Schluss Lederpreise abknöpfst, dann wird es halt auch sehr schwierig. Vielleicht. Für so einen Stoffgelaber, genau. Ja, aber ich glaube, dass das Thema Leder ist insofern auch durch, weil Apple das auch in einer Art und Weise eingeleitet hat, dass es da ja keinen Weg zurück mehr gab. Also sie haben sich ja wirklich da krass verabschiedet und nicht einfach nur gesagt, wir haben jetzt eine neue Hülle hier und erwähnen die alte, so wie sie es ja jetzt bei Feinwurfen gemacht haben. Es verschwindet einfach, ist einfach weg, hat es nicht gegeben. Und das hätten sie bei Leder ja letztes Jahr ja auch so machen können. Sie hätten ja auch einfach, sie hätten ja keinen Abgesang auf Leder machen müssen und dann hätten sie sich das Hintertürchen offen gehalten. So haben sie sich aber ja dermaßen jetzt aus dem Fenster gelehnt, dass sie das natürlich nicht bringen können, dass sie jetzt dann wieder da die Kühe schlachten für iPhones und ja. Ist halt faszinierend, nach wie vor faszinierend zu sehen, dass das halt nicht aufgefallen ist bei Apple intern vorab, dass sich dieses Material einfach nicht alltagseinsatzfähig herausstellt. Also die Geschichte. Das ist doch ein unglaublicher Vorgang, oder? Also ich finde, ich finde das ja eigentlich, ich finde das einen unglaublichen Vorgang, weil es ja nun auch kein Produkt ist, wo man jetzt sagen kann, da sind irgendwelche technischen Einsatzszenarien, die man nicht hätte vorhersehen können, sondern das Ding hätte man ja auch, sagen wir mal, 100 Stück mal den Apple-Mitarbeitern mal so geben können und teste das mal drei Wochen und dann hätte man die Dinger wieder eingesammelt und hätte sie sich angeguckt und dann wäre ja offensichtlich gewesen, dass es da vielleicht ein Problem gibt. Ja. Also die Geschichte dazu, die würde ich schon gern mal erfahren, weil da ist offensichtlich ja irgendwie eine Agenda durchgeprügelt worden und dann auf Gedeihung was schiefgegangen sein. Also da muss wirklich komplett schiefgegangen sein, was schiefgehen konnte. Ja, es wird noch darauf hingewiesen, schlechte Nachrichten für dich, Leo. Falls die Earpods, die du gerade trägst, dann kaputt gehen, kannst du keine neuen mehr kaufen. Die sind auch ausgelustert worden. Ich habe lustig, ich habe im Vorfeld auch Leute gesehen, die sich nur irgendwie geschoppt haben, irgendwie alles mögliche an alten Earpods und alten Airpods und alles mögliche an alten Apple-Kopfhörern und das ist wahr. Ja, 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 also die sind jetzt, die sind jetzt auch natürlich verschwunden. Diese waren aber auch wirklich erstaunlich, dass es die überhaupt so lang gab. Das stimmt, ja. Und der Vollständigkeit halber sei erwähnt, es wurde auch schon mehrfach darauf hingewiesen, dass Feinworven beim Wallet und bei den Apple Watch Armband dann noch fort existiert. Also es ist jetzt nicht so, dass Feinworven komplett aus dem Sortiment geflogen ist. Witzigerweise bei den Feinworven Armbandern habe ich auch nie so Klagen wahrgenommen wie bei den Apple-Kopfhörern. Ja, ich auch nicht. Stimmt. Ich glaube, beim Wallet ist es sowieso der Fall ein bisschen anders. Da geht man sowieso aus, dass das stärkeren Einflüssen ausgesetzt ist, weil es ja so ein bisschen exponiert ist hinten so als Buckel, dass man da eh dann, da ist dann entscheidend eher, dass der Inhalt dann intakt bleibt und weniger, wie das Ding dann aussieht. Ja, ich hatte die Feinworven oder einen Feinworven Band für die Watch mal eine Zeit lang an und das fand ich auch relativ nett eigentlich. Also auch von der so Haptik und vom Gefühl, also das fand ich ein relativ zufriedenstellendes Produkt, muss ich sagen. Und das war auch preislich so, dass sie das nicht total überzogen haben, wenn ich die, also ich meine, kommen wir drüber diskutieren, nicht ob nicht alle Apple Watch Armbände preislich überzogen sind, aber es war zumindest jetzt nicht so, wie sie es bei den Feinworven Cases halt fürs iPhone gefahren haben. Ja, wenn ich auf die Liste blicke, sehe ich jetzt hier noch das Stichwort schnellerer MagSafe Charger, die Einführung von G2, dass man jetzt schneller kabellos laden kann. Ist jetzt keine große Sache, aber nimmt man auch gerne mit, oder? Ja, wobei das komisch ist, ich habe gelesen im Netz, gut, das ist jetzt noch unmittelbar danach, muss man mal verifizieren, dass offensichtlich, also Apple gibt an, ich glaube 25 Watt kann es laden, aber G2 kann, glaube ich, nicht 25 Watt laden, sondern ein bisschen weniger. Da kam die Frage auf, ob jetzt das Apple G2 oder eben das Apple MagSafe doch noch jetzt wieder quasi besser ist als das G2 und nicht ganz der Standard ist. Also wird sicher mit G2 natürlich alles funktionieren, aber offensichtlich haben sie da irgendwie einen drauf, noch einen draufgelegt, das ein bisschen schneller lädt. Ich bin ja traurig, dass wir nicht über Fast Charge beim Kabel gesprochen haben, da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass die iPhone sich endlich einigermaßen schnell laden lassen, aber da war es nichts. Bei der Uhr haben wir das gehört, bei der Apple Watch Series 10, die soll wohl schneller laden. Aber ja, aber gut, unterstützen sie G2, klar, es war für sie auch nicht so schwierig, weil die Magnete kommen ja von ihnen, also der Standard kommt ja mehr oder weniger sowieso von ihnen. Ja. 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 Ja, ich meine, wer es wünscht, also ich glaube, sie kommen da mit einem Wunsch auf jeden Fall nach, dass du halt mit MagSafe auch irgendwie eine schnellere Option hast. Ich bin selbst mit MagSafe als Ladetechnik bislang nicht wirklich warm geworden, muss ich sagen. Also für mich ist das irgendwie, ich weiß ja auch nicht, ob ich da irgendwie einfach beim Kabel, beim verkabelten Laden geistig hängen geblieben bin. Aber ich, also mir haben, mich haben die nie aktiv angesprochen und wenn das G2 ist halt natürlich einfach schön, weil du jetzt so ein bisschen siehst, dass halt natürlich von Drittherstellern da die Auswahl jetzt ja durchaus ein bisschen wächst, dann auch so diese Dreifach-Lade-Geräte mit der Watch halt dazu und Airpods, dass du da relativ eine wachsende Palette halt an Angebot hast. Und ich denke, das ist, glaube ich, ganz attraktiv unterm Strich. Und ja, aber wer jetzt halt natürlich MagSafe gern schneller haben möchte, der kann dann dem zumindest auch nachkommen. Ja, in manchen Anwendungen sicherlich ganz nützlich. Also ich glaube, viele nutzen das ja auch wahrscheinlich nachts zum Aufladen. Dann spielt das natürlich nicht so die große Rolle. Kann man auch mit dem langsam laden, aber wenn man das zum Beispiel im Büro hat und dann möchte man mal schnell eben kabellos aufladen, dann ist es natürlich schon nützlicher, wenn man da ein bisschen mehr Ladeleistung hat. Ja, ich weiß nicht, wie euch das geht. Wir sprechen ja über unsere ersten Eindrücke. Das ist nochmal ganz wichtig, um das in Erinnerung zu rufen. Natürlich vertiefen wir das Ganze durch Nachlesen, durch weiteres Recherchieren, durch eben auch Erkenntnisse, die ja sich immer auch nach so einem Event noch ergeben. Das ist ja auch manchmal ganz interessant, welche Details man dann noch kennenlernt. Thema Software zum Beispiel viel ja nur am Rande, aber wir sehen jetzt ja, dass auch die Release-Candidates jetzt kommen von den nächsten Software-Versionen und dass wir alsbald dann eben damit rechnen können, dass dann eben auch die finalen Versionen erscheinen. Wir werden das vertiefen, natürlich bei Mac and I in den News und im Podcast, beim Apfelfunk gleichermaßen. Und ja, wenn ihr jetzt nicht noch was auf der Liste habt, was brennt, vielleicht habe ich was übersehen. Ne, was brennendes habe ich nicht. Ich fand ein Element interessant, aber ich weiß nicht, ob ich da nur aus persönlicher Entgeisterung über Apples Bild generierende KI mir das aufgefallen ist, weil sie hatten in dieser Apple Intelligence Passage, die ja sonst sehr identisch war zur WWDC im Sommer, gab es halt ein Element, was deutlich anders war und das waren die Bilder, die durch die Bild, also die Playground Bildgenerierung generiert wurden, die sahen deutlich, sagen wir mal, gelackter oder finaler aus als das, was wir da vorher gesehen haben, muss ich sagen. Immer noch natürlich so diese verschiedenen Comic-Stil-Arten und es war immer noch sehr rudimentär, was du wahrscheinlich machen kannst, aber ich glaube, da sind sie noch ganz schön am rotieren im Moment. Das kommt ja dann auch erst später, wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, Dezember, November, Dezember und da werden sie natürlich auch noch versuchen, alle Desaster irgendwie zu vermeiden, die dann Leute sich da irgendwie raus versuchen rauszukitzeln, aber die sahen zumindest nicht mehr ganz so furchtbar aus, wie sie im Sommer aussahen, weil ich im Sommer war ich ernsthaft schockiert von dem, was da aus den Dingern rausgefallen, was Apple demonstriert hat, was da rausfällt und jetzt haben sie offensichtlich auch mitbekommen, dass das nicht gut genug war. Schauen wir mal, was dann da im Dezember wirklich rausfällt. Ja, ich glaube, sie haben da doch nochmal die Notbremse gezogen, weil der Zeitplan, es wurde ja eigentlich ja suggeriert, dass wir diese Bild-generierenden Features zumindest dann eben einige auch dann jetzt dann mit dem ersten Release bekommen und jetzt plötzlich hörte man ja, dass das eben 18.2 im Dezember dann erst kommen soll und da es das ganze Set ist, also ich habe fast das Gefühl, da haben sie nochmal das Large Language Model nochmal überarbeitet und das passt ja auch zu deiner Beobachtung, Leo, dass sie vielleicht erkannt haben, dass das eben dann doch nicht so hilfreich ist, wie es sich da präsentiert hat. Ja, dann sage ich danke, danke Jean-Claude, danke Leo und danke allen, die, ich meine, zur späten Stunde immer noch knapp 2300 Zuschauerinnen und Zuschauer, die hier mit dabei gewesen sind. Herzlichen Dank auch für die rege Diskussion. Ja, das war diese Folge des Mac and I